aufnehmen hier eine runde rainbow six siege mit kelle jonas und nils du musst den deutschen titel da übersetzen regenbogen 6 eroberung mit kelle nils und jonas ist das nicht belagerung ich glaube es auch das heißt belagerung das heißt belagerung ist das sieht scheiß belagerung weil er voll overpower was kann eigentlich unser teammate 122 keine hobbys ja fair wohl wieso ach so ja ja ich hoffe ja irgendwann mal eine neue cpu ist einfach nur die festplatte kelle ja ja ich hab doch damals auch genauso lang geladen wie du habe ich ssd erst mich der erste der fertig ist was ist das jetzt für modus der reise aber ich bin ja wieder draußen ich dachte ich fahr mal zu echter der flügel auch die sind im ersten stopp oder so so hört sich dann beschnackt man muss die ziel ist nicht neul jawoll es ist so geil du kannst es einfach mit vier mal nicht spielen ja ich hab sie ja aber warum die runde hat nicht mal angefangen keine bessere karte als er meine karte war besser als seine schild vor mein aber nur für den kopf also den leben und schutenkelle alter das so ungewohnte nach der ewigkeiten am gespielt hat wo das weiß der bescheid sagen wir mal aufmachen nochmal hara cash ich mache hier mal eine door auf mal gucken was passiert was ist denn ding kelle wo bist du denn ich kann ja mal elektro kacke abscannen hier ist nix vor deinem deck ja wir werden die ganze zeit zu mir geht da ist einer das sind zwei ich bin drin nee nicht mehr abseilen oh fuck da liegt einer im gang abgang feind draußen wo ist der feind draußen ach da unten das ist der feind das fändige einhörig den schocken ist auch der liegt am gang ich kann von oben aufmachen theoretisch ich komme auch noch mal nach holen ja das macht kein schade alles gut das bringt nichts dass in die wände ne ist nicht hier war ein verstärkeres gewöhnter runter kann ich aufmachen die sind links um die ecke da? ja ja echt cheater wo ist der? links um die ecke bei mir also bei dir jetzt gleich rechts im bad sehr gut gegner neutralisiert eigener trug erfolgreich mit vier leuten kann man schon gut was reißen wenn wir nicht alle random sind das war die dicken ähm dann der welch nimmst du keller nimmst du dir mit den bären fallen kann ich machen ja ja nee du kannst auch einer nehmen du nimmst bei dich kapkan zu nehmen äh ne nimm du ruhig mal kapkan ich spiel weiß ich noch gar nicht welchem raum nehmen wir ähm nicht klubraum klubraum ist keine valkyrie da geht raus gut die geisel muss gesichert werden den raum befestigen ähm das gibt doch was aufgestellt wirst du wirst du ach ich kann hier kameras aufstellen äh im haus die äh so kleine kugeln sind das ich kann sie auch irgendwo ranwerfen das ist noch praktisch es bleiben fünf sekunden es bleiben fünf sekunden halt stopp so ja gute arbeit Standort der Geisel weiterhin unbekannt warte mal wir haben Rüstung die E und J verpenn ich das Achtung die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel ähm ich hab ich guck mal hier in die Treppenhaus rein ne der hätte er jetzt hingeflitzt ok ich hör vielleicht auf wer doch kann man was gucken die stehen hier vor der Tür wenn die so weiter schießen trennen sie gleich die Geisel ja sie haben aufgemacht ein Struggle oben einen gab's ich hab das jetzt zu auffassen ich bin Shotgun wir können keine Shotgun haben wir können keine Shotgun haben Pfff Kelle guckst du ein bisschen auf Fenster? ja ich hab da schon einen nebenunter drückt aber die Sonne blendet weil ich blende meinen dann richtig hart äh lay down steuerung ah alter alter man down nur noch ein Gegner übrig mal mich was wiederbeleben ja entweder ist da am Fenster oder links draußen hallo ich seh meine äh die haben Treppenhaus die Kamera kaputt gemacht glaub ich lebt nur noch einer ne ja ja meine Treppenhauskamera haben sie kaputt gemacht doch der ist auch mal im Fenster ist ein Blackbeard jetzt wieder hochgelaufen ja die Sonne durch die Sonne siehst ja auch gar nix ja das ist so rausschießen kannst echt vergessen sehr gut sehr gut nice das das lebt ja ich che die 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 Ach ja. Let's find the Geisel. Ich glaube, wir sind hier in der Garage, oder? Don't know. Don't know. Wieso? Woran? Erkennst du das? Ich höre ja was. Auf jeden Fall. Da, wo die Motorräder stehen, nicht. Die sind oben. Oben da, wo sie im Feuer auch waren. Da, wo sie waren, oder wo wir waren? Da, wo die waren. Nein, nice. Das hat mehr Geisel gerichtet. Oh, ich hab Schrotflinte. Das ist nice. Vorsicht, da steht einer. Soll ich hier auch noch? Oh, da ist noch einer. Ich hab irgendwas gehittet. Ich glaub, keiner. Soll ich dich mal freundlich anklopfen? Oh, Granate. Ich hab ja gar keinen Dings hier mit. Ich hab ja auch. Auf der Rmw schieß ich... Ja, der Rmw krieg ich die ganze Zeit nen Hitmarker. Ich auch. Aber hier, das ist das montiertes LMG. Ich schmeiß hier ne Dings rein, ne MP-Granate. Ich mach hier mal ein paar Fenster auf. Lauf. 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 Oh, ihr habt gerade reingeschossen. Äh, unten haben sie Kapkan. Ne, mein, äh, Raum. Hoch. Echt ja, vorhin kennst du, wo du ihn machst. Er hat immer dieses Scheiß, du wurdest entdeckt. Oh, ja. Ich kann auch mal wieder nach Elektronik gucken. Ja, hier vorne... Oh, dadurch konnte ich den Gegner nicht sehen. Da ist einer. Naja, der Kapkan sitzt da. Wo ist der? Ist der mal ganz klar? Ist der mal ganz klar? Alter! Nein, hier nichts. Da ist ein Raum. Links, links, links. Da, genau. Oh mein Gott. Nice. Einer ist noch direkt vor. Ich hab nichts zum Aufmachen. Du kannst das auch mit Faust kaputt machen. Die Räume sind alle auf. Also, alle Fenster aufgemacht. Könnt ihr auch sagen, wo der Kapkan ist? Wenn der sich da nicht wegbewegt hat. Am dritten Fenster. Am dritten Fenster. Da war einer. Soll ich mal hier runter gehen? Oh Mann, ey. Ruhig. Da kommst du nicht weiter. Oh. Am felsack, ey. Links, links. Da, da müsste auch einer drinsitzen. Das ist aber kein Geiselraum mehr. Das ist ein extra Raum. Ich weiß. Aber dort saß halt der Kapkan die ganze Zeit drin. Da, sag mal die grad noch vom Kriechen. Mikrofon muted. Ja, Mann. Ich hab halt scheiß Visier, ne. Jetzt hat er ja gestreißt. Äh, loslegen. Sehe ja nix. Mikrofon, bin ich schuld. Ja. Puh. Ah, ey. Der Schockkantyker war eigentlich ganz nice. So ein Schwierstück häufiger jetzt. Lass uns mal den Stripclub nehmen. Der ist, glaub ich, der ganz unten, oder? Der Raum. Lass uns mal den Stripclub nehmen. Lange es nicht der Schule offener Raum ist, ist das sonst gut. Ah. Also, das ist, glaub ich, der Clubraum der offene Raum. Aber ich schau sicher jetzt nicht. Is hier Ranking Mode, oder? Ja, deswegen schweilt auch keiner nach. Ähm... Wirst du? Fuck. Hallo, vor die Karte. Oh, ist denn das riesen Wärmstein. Das ist ganz geil, wenn du die vor Fenster legst. Wenn die durchs Fenster reingehen, lauf die direkt rein. Ja, hier sind aber kein Fenster. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich hab keine Bärenfalle. Nur noch 5 Sekunden. So, alle Türen haben Bärenfalle. Irgendwo ist hier noch eine Drohne drin, ne? Soll mal vorkommen. War verhässlich, ey. Oh, Spaß. Kann die von oben kommen? Na, ich glaube nicht. Nö. Komm ist, glaube ich, echt ziemlich nice. Elle, hast du keine Rüstung oder wer hat keine Rüstung? Oh, Rüstung. Ähm, hier ist einer, ne? Hat er einen Suizid bekommen? Ja. Ja, okay. Oder entdeckt, irgendwo ist hier Drohnen. Ja, ja. Oh, ich hab' den Chat geöffnet. Ich hab' mir noch 10 HP. Rechts. Oh, ich hab' ich fast geöffnet. Rechts. Oh, ich hab' ich fast geöffnet. Dann vor einer Tür. Ich weiß aber jetzt gar nicht, von welcher. Oh, egal. Hat Pian vor euch was geworfen? Oh, hier liegt irgendwo noch eine scheiß Drohne, ne? Weißt du, oh mein Gott. Geht voll öffentlich da. Ja. Oh, dein Ernest. Jetzt. Ich hab' der hat gerade einen Stromschlag gekriegt. Ja, das hat jemand in den Strom hat gelaufen. Und ich hab' ne exotherne Springer ganz verstört, was auch immer das ist. Ja. Exotherne Sprenglagen sind hier Türstopper und sowas. Jetzt was zu lassen? Ja. Wollen wir jemanden die Tür hinter mitzumachen? Ja, kann ich. Türbarrikade errichtet! Oh. Nein. Mach' nur ein bisschen Holz kaputt. Mach' nur ein bisschen Holz kaputt. Okay. Pam, pam. Matchball. Äh, welchen hab' ich denn in Englisch gespielt? Ich kenn' hier, ne? Ich mag dich. Aber es ist wenigstens 4 gegen 4. Komm, ich spiel's dann mal. Ich spiel's dann mal. Ich spiel's dann mal. Ich lade noch und ich bin stolz. Ich lade noch und ich bin stolz. Ich lade noch und ich bin stolz. Ich lade noch oben. Ich fiel's dann oben. Ich fiel's dann oben. Das ist gut. Ja, da ist der's. Da ist der's? Ja. 10 Sekunden. Und zwar da. Oh. Oh. 5 Sekunden. Ach, gehst du rein. Gott. He, alle rollen jetzt schnell nochmal hier runter. Los, los, los. Ich werd' noch mal ein paar Punkte holen. Wiese, 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 Wiese. Alter Falter, ey. Oh. Mal gucken, was hier drunter ist, ja? Ja. Äh. Lampen auf. Ach du? Stash? Wurde entdeckt. Mal wieder. Ich fahr mal mit der Drohne runter. Oh, die du. Safe? Äh, warte. Die Gegner fahren auch ein bisschen mit Drohnen rum. Ja. Hä? Die Gegner könnt' ich mit Drohnen rumfahren. Echt? Was denn ne? Die haben doch Drohnenkelle, die an der Wand in Wänden hängen und so. Ja, Kameras. Die normalen Kameras? Ja, ne, ne, ne. Äh, dann war's irgendeine Drohne von euch, die ich fahren und sehen hab. Soll ich aufmachen? Ja, mach. Schmeiß ein Nade rein. Nade der, weg da. Hab den noch gekillt, den, ähm, mit nem G. in der nähe der geisel sitzt einer dann irgendwie eine andere möglichkeit ranzukommen ja direkt in der geisel irgendwie eine nade reinwerfen ist nicht so nee das war lieber aua jetzt habe ich nur 7 hp ja wenn du von hinten kommst du bist du oh ein zur bali hier ich hab im hauptraum die deck aufgemacht da kannst du rein oh scheiße der rechts in der ecke ist einer wundet oh lol was was ne range alter ja was soll ich tun genau da an ecke sitzt ich müsste ja sterben hast du die shops da ausgerüstet ja der andere sitzt auch noch links hörst du ne ja links nein lol oh man besser mal an lack war nice geworden oh ne china lol was kann ich das das gibt dann kriegen wir eigentlich mal unsere ränge müsste doch bald mal passieren oder nicht ja easy win bis zum nächsten mal mal an mal an mal an mal an